Die Stadt Amberg sei eine von neun Städten in Deutschland, die das Gigarnetz der Deutschen Telekom bekommt, hieß es auf der Veranstaltung des CSU-Ortsverbandes Sebastian. Und deshalb stieß das Angebot der Ortsverbandsvorsitzenden Birgit Wittmann auf sehr großes Interesse. Rund 140 Interessierte kamen in die alte Kaserne, wo es um das Thema turboschnell ins Internet ging. Die Veranstaltung bewies wieder einmal, dass die CSU Amberg Themen anpackt, die den Bürger interessieren. Ein guter Start ins politische Jahr 2012.